Musik Wisst ihr, in welcher Stadt man die schönsten Sonnenuntergänge beobachten kann? Und wofür Ampeln so alles gut sind? In unseren Städten geht es oft wilder zu als in so manch einem Nationalpark. Wolltet ihr schon immer ganz nah an Wildschweine herankommen? Oder die größte Eulenart der Erde, den Uru, mitten im Ruhrgebiet beobachten? Ich freue mich am meisten über die Füchse, die jedes Jahr in der Stadt geboren werden. Kommt mit auf eine Safari vor der eigenen Haustür. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020